In diesem Video zeigen wir, wie LED-Streifen mit einstellbarer Farbtemperatur über ein Smart-Home-System wie Philips Hue gesteuert werden können. LED-Streifen mit einstellbarer Farbtemperatur, auch Tunable White oder CCT-LED-Streifen genannt, mischen warm- und kaltweiße LEDs und haben daher drei Anschlusskabel. Warmweiß, kaltweiß und das gemeinsame Plus. Philips Hue basiert, wie viele andere Smart-Home-Systeme, auf dem Zigbee-Funkstandard. Wir benötigen also eine Hue-Bridge als Gateway und weiter einen Zigbee-LED-Controller, mit dem die Bridge kommunizieren kann. Als Beispiel verwenden wir hier den Controller LK115U von LED-Studien. Als Besonderheit kann dieser Controller verschiedene Arten von LED-Bändern steuern, also zum Beispiel auch einfache weiße LED-Bänder und solche mit RGB-Farbeffekten. Zu Beginn ist es wichtig, dass wir den Controller in den richtigen Modus setzen. Dazu sind kleine DIP-Schalter angebracht, die wir in die Stellung für CCT bringen. In diesem Modus wird der Controller von Philips Hue als Leuchte mit einstellbarer Farbtemperatur erkannt. LED-Bänder und Netzteil werden wie gewohnt am LED-Controller angeschlossen. Der Controller bietet dabei je zwei Ausgänge für Warmweiß und zwei für Kaltweiß. Die beiden Ausgänge für Warmweiß werden immer gleich angesteuert und genauso die beiden Ausgänge für Kaltweiß. Schließen Sie die LED-Bänder entsprechend der Beschriftung an. Ist alles miteinander verkabelt, kann der Controller in Philips Hue integriert werden. Schalten Sie hierfür die LED-Installation ein. Wenn Sie das erste Mal mit Philips Hue arbeiten, sollten Sie zu Beginn die Hue Bridge nach Anleitung von Philips installieren und auch gleich einen ersten Raum, zum Beispiel Wohnzimmer anlegen. In der Hue-App können wir nun nach neuen Leuchten suchen. Gehen Sie hierfür zu Einstellungen, Lampeneinstellungen. Drücken Sie nun fünfmal kurz hintereinander auf die Proc-Taste am Zigbee-Controller. Dies setzt den Controller zurück und macht ihn damit auffindbar für Philips Hue. Starten Sie dann die Suche in der Hue-App. Je nach Firmware kann es auch besser sein, umgekehrt vorzugehen, also erst die Suche in der App starten und dann fünfmal die Proc-Taste drücken. Die Suche kann ein bis zwei Minuten dauern. Wenn die Hue-App den Controller findet, klinken die angeschlossenen LEDs deutlich sichtbar auf. Hue beendet die Suche nicht sofort, sondern sucht noch eine Zeit lang weiter nach neuen Leuchten. Sobald die Suche abgeschlossen ist, können Sie den Zigbee-LED-Controller in der Hue-App wählen und einen passenden Namen vergeben. Weisen Sie die neue Lichtquelle danach einem Raum zu. Ab sofort können wir die LEDs über die Hue-App steuern. Es ist das Schalten, das Dimmen und das stufenlose Verändern der Farbtemperatur möglich. Probieren Sie die Einstellmöglichkeiten der App, die sich in neueren App-Versionen auch von den hier gezeigten unterscheiden können. Ab und an kommt es vor, dass Hue den Controller nicht beim ersten Mal findet. Schalten Sie die LED-Installation dann aus und wieder ein und starten Sie eine neue Suche. In aller Regel findet Hue den Controller spätestens beim zweiten oder dritten Versuch. Zudem merken sich die Controller bei Stromverlust die letzte Einstellung. So können Sie auch weiterhin normale Lichtschalter einsetzen. Zudem merken sich die 棘